Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Trash-Kurs-Duo heute nur. Lena, einfach nicht da. Sagen wir es, wie es ist. Ja, wir wissen jetzt auch nicht ganz genau, wo sie ist, aber wir wollen euch nicht anlügen. Diese Aufnahme hier hat schon mal stattgefunden. Am gestrigen Tag. Also entweder es wird witziger für euch oder es wird dümmer. Leider sind da ein paar technische Schwierigkeiten dazwischen gekommen, weswegen wir nochmal über Folge 8 sprechen müssen. Aber es ist okay, weil wir haben noch unsere Notizen. Zum Glück. Zum Glück. Glück gehabt. Und vielleicht ist es auch gut so, vielleicht sollte es auch wirklich so sein, weil die letzte Folge war einfach nur albern. Ja, war sie auch. Sie war für mich super schnell rum, aber hat sie gleichzeitig wie ein Kaugummi gezogen. Also ich war so, passiert jetzt hier noch irgendwas? Achso, ich meine nicht die Folge, sondern unsere Besprechung. Aber gut, wir kommen gleich zum Inhalt von Folge 8. Ja, du sagst es, du sagst es. Wiederholt es mal nochmal, sorry. Ich habe gesagt, dass sie irgendwie schnell vorbei war, weil eigentlich ist inhaltlich nicht viel passiert. Aber gleichzeitig hat sie auch das, was nicht passiert ist, wie ein Kaugummi gezogen, fand ich. Also wir haben wieder keine neue Information bekommen. Es wurde nur geknutscht. Wir haben zwei Freunde von Fabi kennengelernt. Weil wir dachten, who are you, who are these people, stock people? Und mehr ist nicht passiert. Aber als allererstes… Danke, das war's, wir sehen uns in der nächsten Folge. Als allererstes, die vier stehen auf. Philippe, sag mal, was du davon hältst. Philippe hat sich, hat Stress abgebaut per Atemübung, die bei den anderen Erinnerungen an einen sexuellen Akt hervorriefen. Also bei den anderen, bei mir auch, bei dir auch, oder? Naja, ein bisschen schon, ja. Was war es denn eigentlich? Weiß nicht. Es sah wie aus einem Exorzistenfilm aus, hat sich so angehört. Ja, wie das, was Dessa Gott sei Dank gerade schon in den Raum geworfen hat. Und die Jungs saßen halt auch nur weit entfernt und haben gelacht. Ich hätte auch nur lachen können. Aber trotzdem, ich dachte mir gleichzeitig auch, dass ich es eigentlich gut finde, dass Philippe das jetzt trotzdem macht. Weil die Assoziation muss er ja auch irgendwie gezogen haben. Irgendwann mal in seinem Leben. Meinst du, er hat dazu was gelernt auf einer seiner Findungsreisen? Oder ist es zwischenzeitlich auch mal so ein ganz erfundener Move? Ja, kann auch sein. So mit einem Geräusch, was ihm gerade gut passt. Und dann die Position. Weißt du, so habe ich nämlich das Gefühl. Und dann einfach so die Seele mal baumeln lassen. Du, ich experimentiere einfach mal mit. Ha, ho, ha. Ja. Und dann wurde ja zwischendurch nochmal die Hand, weil die musste auf den Bauch. Und dann ist sie kurz runtergewandert. Und dann habe ich auch gedacht, nee, das passiert jetzt nicht. Weil er war ja einfach auf dem Präsentierteller. Aber er hat sich danach besser gefühlt. Wir wissen auch nicht, was passiert ist. Also wenn ihr sowas kennt, also wenn es das wirklich gibt, was er da gemacht hat, lasst es uns mal wissen. Also es ist jetzt nicht mal lustig gemeint. Ich würde da wirklich gerne mal ein, zwei Zeilen zu lesen, auf welcher Ebene du da mit dir selber kommunizierst. Weil es so fremd für mich ist. Und das auch noch nach Folge 8. Er hat es noch nicht ganz so gut vermittelt, als dass es bei mir angekommen wäre. Und ich glaube, bei Fabi ist es auch noch nicht angekommen. Weil ich habe mir währenddessen schon gedacht, wenn er jetzt dabei liegen würde, geht gar nichts zusammen. Das eine Bild und das andere. Also ich glaube... Naja, vielleicht ein bisschen gackern. Gaggern? Aber ich glaube, jeder, der dort nicht richtig drin steckt. Naja, gut. Du musst dich damit auskennen, glaube ich. Ähm, die Freunde kommen. Ja. Und es wird ein nettes Gespräch geführt mit den vier Jungs. Sie heißen Patrick und... Den zweiten hast du... Ist dein Ernst? Ist das mein Name? Ja. Martin? Patrick und Martin? Ja. Okay. Irgendwie war mir das jetzt gerade nicht so ganz bewusst. Na, nie gehört den Namen. Keine Ahnung. Nee, echt so. Keine Ahnung, was du willst. Aber es war... Also für mich, als sie sich begrüßt haben, dachte ich, okay, es ist irgendwie herzlicher, als ich vermutet habe. Ich dachte, es wird gefühlt, hier, Handschlag, guten Tag. Guten Tag, ich bin Herr Fuchs. Wer sind Sie denn? Aber auch gleichzeitig dachte ich, naja, werden das jetzt irgendwie von mir die besten Freunde werden, weil er ist ja jetzt auch schon eine Weile da und es ist eigentlich eine große Reise, die immer... Also es wird immer als große Reise tituliert. Tituliert? Tituliert. Und dafür war es für mich irgendwie, naja, nicht so spektakulär, die Begrüßung. Weißt nicht. Ja, meine Vermutung ist halt, dass die doch gar nicht so enge sind. Ja, es sind entweder Kollegen oder... Seine Mitarbeiter. Oder das. Oder halt irgendwelche Leute, die ihm bei Insta folgen und die die Produktion mal angeschrieben hat, die einzigen, die Zeit hatten. Die waren vielleicht zusammen im Urlaub und haben gesagt, hier könnt ihr mal ganz kurz für den Nachmittag mal hier vorbeikommen und mal kurz vier Jungs was fragen. Das sind die zwölf Randbedingungen, die du über Fabi wissen musst. Mehr wissen wir halt auch nicht. Ja, eben. Mehr weiß er selber auch nicht. Kann ja auch sein. Naja, und die haben da die Jungs so ein bisschen ausgequetscht mit vorgegebenen Fragen, die gezogen werden mussten. War in Ordnung, aber so eine richtige Stimmung kam für mich da jetzt auch nicht auf. Also inhaltlich kommt man am besten mit den Eltern zurecht. Da kommst du am weitesten. Ja, voll. Wir haben es bei Hannah in der letzten Staffel gesehen, wo auch die besten Freunde saßen. War auch irgendwie so, hatte so einen kühlen Unterton, der da irgendwie mit geschwungen ist. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt oder ob ich abgestumpft bin. Was ist los? Ja. Na, irgendwie ist nicht das rübergekommen, was sonst rüberkommen hätte können. Aber eigentlich werden die ja eh immer nur eingeladen, damit die sich dann quasi für eine Person entscheiden können, die dann nochmal heimlich auf ein Date mit dem Prinz oder der Princes gehen darf. Und das haben sie auch getan. Und sie entscheiden sich für den Schweizer Tim. Juhu. Hat er schon gerochen. Hat er schon gerochen. Da ist die Frage, wie riecht Tim nun? Gut oder eher nicht so gut? Vielleicht finden wir das ja bald raus. Vielleicht finden wir das bald raus. Vielleicht haben wir möglicherweise eine ganz kleine Verabredung hier oder woanders oder wo auch immer. Lasst euch überraschen. Wir riechen mal an ihm. Sagen wir es, wie es ist. Und das Date findet in einem leerstehenden Haus statt, wo ich ja schon dachte, ihr seid hier in einer geilen Location. Ihr hättet hier übelst geile Sachen machen können in einer geilen Location, vor allem auf dieser ganzen Insel oder wo sie sind. Wo sind sie Griechenland? Ja, vermute ich jetzt einfach mal. Rhodos? Kann sein. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich geil, wo ihr seid. Hat man in den anderen Dates gesehen. Und dann wird da einfach ein Lost Place, wo wahrscheinlich noch Leute vorbeigekommen sind und sagen, sorry, kann ich meinen Kunden Geocache legen? Ist ja so. Da haben wir ein paar Vorhänge reingebaut. Also im ersten Moment habe ich gedacht, eigentlich cool fürs Bild. Ja. Aber du musst dir ja vorstellen, dass dort ja noch fünf Leute von der Produktion einfach mit dir in einem leeren Raum stehen. Und dann wird gesagt, ja, unterhaltet euch. und wenn ihr knutscht, wäre es auch okay. Ja, mach ein bisschen Händchen halten oder so vielleicht. Können wir hier auf den Balkon. Für anderthalb Taler pro Vorhang haben wir mal ein Aufgehangen vor jedes Fenster, dass das Licht hier nicht so reinknallt, weil sonst hätte es auch nach gar nichts ausgesehen. Aber wahrscheinlich sind die Kosten für die Dates einfach mal aufgebraucht. Und die haben sich auch gedacht, es kommt so wenig bei rum, wir schneiden so wenig von den Dates rein, weil nichts passiert. Können wir auch einfach sowas in dem Scheiß drauf. Ist so. Ist so. Also grundlegend okay probiert, aber schlecht umgesetzt. Ja, aber war jetzt, also für mich jetzt auch nicht, kein Weltuntergang, aber ich habe mehr erwartet für das letzte Einzeldate. Es war das letzte Einzeldate. Und der einzige Inhalt dieser Folge. Ja. So ungefähr. Ja, stimmt. Es war ja nur Date und dann Entscheidung. Ja, und dann der andere Quatsch, zu dem wir gleich noch kommen werden. Auf jeden Fall wurde bei dem Date auch wieder mal nicht viel gesprochen, sondern es wurde vor dem Tisch geknutscht, an dem Tisch geknutscht, auf dem Balkon geknutscht. Zur Begrüßung geknutscht, zur Verabschiedung geknutscht. Genau, vielleicht mal an der Ecke geknutscht. Da haben wir schon für uns intern festgelegt, für unser Date-O-Meter, falls ihr das noch nicht kennt, schaut mal bitte auf unserem Instagram-Kanal vorbei. So, loki, loki. Und wenn die Möglichkeit besteht, verlinken wir euch den irgendwie hier, wenn nicht in der Infobox definitiv. Ich weiß nicht, ob man das auch bei diesem I hier oben reinknallen kann. Müsste mal schauen, ob das jetzt funktioniert hat. Müsste mal schauen, ob jetzt was aufploppt. Da haben wir uns jedenfalls geeinigt, dass wir nicht jetzt jeden Kuss als einzelnen Kuss zählen, sondern insgesamt das so werten, dass zwei Küsse bei Tim in die Rechnung mit einbezogen werden. Und das finde ich auch in Ordnung. Während Tim da weg ist, hat Dennis nochmal so einen kleinen, ja kein Zusammenbruch, aber er fragt sich auch so, naja, warum bin ich halt hier? Ich hatte noch nicht ein Einzeldate, die ganze Reise. Ihr kennt ihn zwar auch wenig, aber ich kenne ihn noch weniger und er kennt mich auch nicht, außer meine Augen, in denen er sich scheinbar regelmäßig verliert. Würde mir auch ein bisschen doof vorkommen, zwischen den anderen da irgendwie Philippe übelst rumgemacht, Basti übelst rumgemacht, Tim übelst rumgemacht, Dennis ja einen Kuss hinter den Klippen bekommen. Ja. Und jetzt schnell wieder zurück. Also weiß ich. Das ist leider wirklich so. An der Stelle hätte ich mich genauso gefühlt, aber ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht das Gefühl gehabt, dass er schon aufgeben muss. Ja, ja, ja. Also es atmosphärisch reicht es für mich aus, also weil sie sind inhaltlich alle nicht weiter mit Fabi als er. Ja, 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 doch. Wir haben nichts gesehen, zumindest. Oder was meinst du? Na, ich meine auch gesprächstechnisch. Also klar haben sie geknutscht, aber die Küsse könnten es dann nachholen. Ich glaube, Philippe weiß noch weniger über Fabi als Dennis am Ende. Tim spricht ihn auch darauf an, wie er, also beim Einzeldate jetzt wieder, wie er die Situation mit ihm organisieren würde, wenn sie jetzt wirklich ein Paar wären am Ende. Ja. Und für mich hat es sich angefühlt wie, ja, cooler Vorschlag, sage ich nicht zu. Ist mir egal. Ich lasse es im Nachhinein sowieso längst liegen, wenn du es wirst. Ich lehne den jetzt noch nicht ab, aber wirst ja sehen, dass nichts draus werden wird. Und ich fand, da hat man auch schon wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es diese Initiative von Tim halt kommt. So ist es wie, ich kann mir das so vorstellen und so die Vorschläge reingebracht und Fabi einfach nur, süß, lass mal knutschen. Ja. Das ist ja Fabi. Fabi ist für mich ein Wort, was er immer sagt, sagt immer nur süß zu allem, egal was ist. Dann lacht er so ein bisschen und dann, komm mal her. Ja, weil er wahrscheinlich einfach wirklich nicht will. Aber warum, also meinst du, mir ist es unangenehm wegen Kamera, dass es sonst vielleicht könnte? Er kann nicht über sich selber reden. Entweder hat er nichts zu erzählen oder er will sich nicht öffnen. Oder du kannst alles, was du über ihn wissen musst, bei Xing oder LinkedIn nachlesen. Ja, wahrscheinlich schon. So weiter ist das wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Du, ich schenk dir einfach mein Xing-Profil, kannst du dir alles anschauen, was du wissen musst über mich. Für mich können wir gleich dazu kommen, dass Fabi ja dann später nochmal in die Villa kommt und es jetzt auch keine Party mehr gibt. Party ist vorbei. Es gibt nichts mehr zu feiern. Alkohol wahrscheinlich auch leer, wenn schon kein Geld fürs Date mehr da war. Die letzten 14 Euro fürs Date bezahlt. Ja. Nee, sorry, gibt keine Whoppery Flasche mehr für euch. So. Du, ich hoffe, ihr habt die letzten Tage genug gesoffen. Ab jetzt sitzt ihr auf dem Trockenen. Ja. Ihr müsst euch auch noch einen kleinen romantischen und inhaltlich ganz kreativen Vortrag überlegen, wo ja zwei Leute in für mich unterschiedliche Richtungen gepunktet haben. Ja. Basti fand ich süß für sein Aufgeregtheitslevel. Hat er das Beste daraus gemacht. Natürlich sehr auswendig gelernt. Aber wie willst du sonst in so einer Situation sein? Ich habe mich da mal reinversetzt und hätte gedacht, naja, was hätte ich denn da jetzt groß rübergebracht an Gefühlsebene? Tendenziell eher gar nichts. Wahrscheinlich hätte ich gesagt, ja, much fun bei der Entscheidung. See you. Ich muss auf Toilette. Überleg dir, ob du das hier missen willst. Ja. Bye. Wahrscheinlich schon. Und mehr wäre da nicht rübergekommen. Also so ganz trocken und unromantisch. Dafür finde ich halt Basti das sehr schön kreativ gestaltet. Um mal ein ganz kleines Lob auszusprechen an dieser Stelle. Und Philippe hat ihn eine, wie könnte man es nennen? Fabel. Fabel. Eine Erlebnisreise. Geschenkt. Auf sprachlicher Ebene geschenkt. Von Jochen Schweitzer. Die aber vielleicht eine kleine Atmosphäre geschafft hat, jedoch inhaltlich mir nichts vermittelt hat. Hat es nur mich nicht abgeholt? Oder hat er ihm auch wirklich nicht gesagt, was er jetzt an ihm findet oder was er in ihm auslöst? Die sind nur durch ein Haus gelaufen. In eine Wurzel? In eine Wurzel. Mit einem Fuchs? Nee, stimmt. Ja, mit einem Fuchs. Und ähm... Da waren da irgendwelche Kisten. Ja, und dann war da ein Lagerfeuer und dann gab es einen Kuss. Wow. Oder ein Kamin. Ein Kamin, ja. Irgendwie so. Und Dennis hat sich ja auch gedacht, danke, dass ich die Aufgabe machen muss, weil ich kenne diesen Mann nicht. Ja. Was soll ich denn sagen? Und die standen auch ungefähr so. Liebe Schwester, Hans mit mir, beide Hände reiche ich dir. Einmal hin, einmal her. Ich habe wirklich so Sicherheitsabstand, Corona, doch nochmal kurz aktiviert. Ähm... Ja. Da war eigentlich schon... Also für mich war da nach diesen Reden abzusehen, wer hier diese Villa heute verlassen wird und wer im Finale ist, aber das ist für uns ja eigentlich schon seit, keine Ahnung, Folge 4 klar, zwischen wem das Finale ausgetragen wird, fand ich zumindest. Alles andere wäre für mich jetzt auch auf, an der Stelle albern gewesen, weil er muss jetzt auf die beiden Kandidaten eingehen, die auch wirklich Bock auf ihn haben. Ja, voll. Weil Philippe ist so, naja, geiler Flirt, mit dem mache ich mal kurz eine spirituelle Reise und dann wird noch gefickt. Ja, und Dennis ist so... Also das ist das Einzige, was da stattfindet und Dennis ist so, weißt du, was Dennis ist? Dennis ist, wir können so lange ein Date haben, wie ich meine Augen aufhalten kann, weil das ist das Einzige, was uns hier anzieht so zueinander und mehr passiert ja nicht beziehungsweise habe ich auch nicht das Gefühl, dass Fabi da irgendeine Arbeit reinsteckt, um mal zu gucken, was hinter den Augen stattfindet. Nee, nee. Kein Bock drauf. Ja, komisch auf jeden Fall. Fabi hört sich alles an und sagt dann, tschau, ich überlege mir, was jetzt abgeht und dann komme ich wieder und schmeiß zwei raus. Hm. Ja, eigentlich war es ja genau so. Ja, und wie wir auch gerade schon gesagt haben, Dennis fliegt halt raus, bis ein Buch mit sieben Siegeln für mich, was ich leider noch nicht knacken konnte. Keine Ahnung. Aber vielleicht gebe ich dir zum Abschied nochmal einen Kuss auf den Mund. Stimmt. Weil was passenderes würde mir jetzt hier zum Abschied nicht einfallen. Vielleicht geht das Buch ja so nochmal auf die sieben Siegel mit einem kleinen Kussi. Ja, oder vielleicht dein Hosenstall und wir gehen kurz um die Ecke. Könnt ihr drei kurz hier stehen bleiben? Ich habe noch was privatpersönliches mit ihm zu besprechen. Oh Gott, nee. Leider sehe ich es ein bisschen so und Philippe wird auch einfach ganz neutral kurz gekickt. Aber auch einen Kuss gab es noch. Ja? Auf den Lippis. Ja, gab es. Also klar, es ist okay, dass die zu viert, also jeder hätte ja der Partner werden können. Ja. Wäre es anders ausgefallen, aber irgendwann musst du doch auch mal aufhören, weil die zwei, die im Finale stehen, sehen das ja auch noch und kommst du dir nicht dumm vor? Keine Ahnung. Also ich meine, es hat da scheinbar alles, also alle waren fein damit, also auch jetzt die, die geküsst wurden, weil ich habe mir erst so gedacht, muss das jetzt sein? Du kriegst eine übelste Abfuhr und kriegst dann noch einen Kuss auf den Mund. Ja. Also es wäre für mich wie so, keine Ahnung, wie wäre es, wenn du mir anstattdessen den Buckel runterrutschst? Ja. Ich spring rauf. Komm, rutsch mal kurz den Buckel runter. Wenn du noch Zeit hast. Oh. Bei Tim und Basti, also wer, wollen wir mal ganz kurz jetzt zu den beiden kommen, die übrig geblieben sind? Nö. Gut. Danke, das war's ihr lieben Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bitte liken, teilen, kommentieren, abonnieren und mir den Buckel runterrutschen. Komm, wir sprechen noch mal kurz drüber. Ja, na klar. Sorry. Zwischen Tim. Upsala. zu Tim habe ich was zu sagen, weil diese Ebene, die die beiden haben, die ist ja inhaltlich weiter als bei den anderen beiden. Bei allen anderen, die vorher da waren, wollte ich sagen. Aber dieses Gegackere, als wären die so zwei aufgeregte Kinder und ja, mehr gibt's dann halt auch nicht, außer Gackern und Tim macht einen Vorschlag, den Basti ablehnt und dann wird geknutscht. Aber wie lange knutscht man, bis die Lippenwohnen sind und das Basti, ich rede Ach nee, seit Folge 1 sag ich zu Fabi Basti. Ich hab dich ja schon angesteckt damit. Warum denn? Weiß ich nicht. Der sieht für mich auch aus wie ein Basti. Der Fabi? Ja. Für mich sieht er aus wie ein Markus. Markus oder Marzis? Oder Marvel. Für mich sieht er aus wie eine Nina Chuba. Ja. Wahrscheinlich, weil wir zu viel Whiteberry Lillet getrunken haben. Der Whiteberry Lillet in Köln hat uns diese Napsen rausgescherbelt. Also es tut uns echt leicht, wenn ihr es nicht checkt, aber er kommt hoffentlich nochmal rein. Wahrscheinlich müssen wir unsere ganzen Insider, die dort entstanden sind, nochmal teilen. Ich hab vorhin schon zu Tessa gesagt, ich hab das Gefühl, uns haben sie dort das Gehirn püriert. Das haben die ausgesaugt. Irgendwie. Die Kölner mit ihrem Karneval. Ist so. Okay, was wolltest du denn sagen? Naja, die albern mir zu viel rum, als dass es irgendwie eine realistische Ebene ist und mit Basti, der hat zwar, glaube ich, ihm gut den Kopf verdreht, also Fabi Basti, trotzdem war es das, glaube ich, ganz schnell. Wenn es wird. Das hat sich ganz schnell erledigt. Ich glaube, Fabi ist sehr gefestigt in seinen Ansichten und in seinem Lifestyle. So muss das sein. So war das schon immer. Ich glaube, also ich will ihm auch nicht zu nahe treten, aber ich hab das Gefühl, da ist wenig Spielraum nach links und rechts. Das ist ein Weg und der wird gegangen. Und ich kann mir bei Tim besser vorstellen, dass er den Weg mitgehen kann. Und bei Basti hab ich das Gefühl, der ist noch so jung. Ich hasse das eigentlich, das zu sagen, aber so wie, du hast noch so viel vor, du hast noch so eine Leichtigkeit, aber alles halt nicht im negativen Sinne, sondern dass es einfach halt nicht zusammenpasst. Irgendwie, wenn du das so sagst, sehe ich es auch ein bisschen so, dass ich mir vorstellen kann, Basti tritt die Reise mit ihm an und ist aber reif dann ganz schnell weiter und merkt, das ist hier überhaupt nichts. Ja, 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 ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass so dieser, sobald dieser Zauber, der um ihn, durch diese Show herrscht, so, weil es ist ja auch irgendwie einfach so und der erste vielleicht so Typ, den man so offen, öffentlich kennenlernt, dass man da auch will, dass das was draus wird. Und wenn das dann alles verflogen ist, denkt man sich, was habe ich mir hier geangelt? Und ich hoffe, ich hoffe, ja, ich hoffe auch, dass Basti seinen Charme, den er eigentlich mitbringt, den er noch gar nicht selber greifen kann, meiner Meinung nach, dass er ja so, also die Präsenz, die er aussendet, wenn der das begriffen hat, dann ist er sowieso der Endgegner, dann sagt er, Fabi, was warst du jemals? Ab auf dein Lieferantofahrrad und bring mir die Pizza. Aber also, ich glaube, letzte Rose, äh, letzte Krawatte, müsste jetzt so, wie ich die letzten Folgen gesehen habe, für mein Gefühl, Tim bekommen. Ob das danach jetzt noch was mit denen ist, das glaube ich eher nicht. Wir haben ja schon mal gesagt, da ist gar nichts passiert. Von geilen Bums nimmt er doch nochmal Basti. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Oder beruf nochmal bei Dennis an. Dennis hat nämlich auch gesagt, du, ich bin zwar raus, aber meine DMs sind offen. Hat ja wohl nochmal ein Profil. Und das, glaube ich, hat er auch nur so gesagt, weil es ein guter Abschluss wäre und er nicht sich eingestehen muss, dass es eigentlich nichts geworden wäre. Ja. Ist eigentlich Quatsch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Finale, aber ich glaube, da wird auch nicht viel passieren. Es wird dann einfach sein, hier wird geknutscht da, ich bin froh, dass du da bist. Ich muss mich entscheiden. Fabi sagt gar nichts und dann ist, du bist es, du bist es nicht, gibt keine Begründung. Tschüss. Und dann freue ich mich aufs Wiedersehen. Das ist wirklich nochmal was, wo ich richtig gespannt bin, weil ich glaube, da gibt es so einiges, was behind the scenes passiert ist. Ich würde mich nicht zu sehr freuen, glaube ich. Es kann auch ganz trocken abgewickelt werden. Weißt du, was ich mache? Ich mache mal ein Waparilla Lay. Da mache ich mir die Show an und dann ist mir doch egal, was da passiert, weil da fliege ich wie bei Marvel. Und nebenbei buche ich für meine Mutter ein Haus an der Küste von Katania. Und mit diesen Worten würden wir euch gerne in den Feierabend schicken. Ans Buffet schicken, wo ihr alles essen könnt. Ja, weil wenn ich Hunger habe, nehme ich mir alles davon. Like und teilen, kommentieren. Martin hat es vorhin schon gesagt, lasst uns ein Follow da überall, wo ihr uns jetzt gerade hört oder schaut. Und schaut auf jeden Fall bei Insta vorbei ins Date-O-Meter. Man konnte es ganz gut ablesen jetzt, diese ganze Folge, wer wie weit kommt, fand ich. Es ist schön, es ist schön, dass unser Date-O-Meter doch so viel Sinn am Ende ergibt oder dass man da Positives rauslesen kann, dass die Leute mit den meisten Küssen und mit den meisten Einzel-Dates wirklich jetzt im Finale stehen. Es wäre auch mal lustig gewesen, wäre es anders gewesen. Ja, aber dann würde es ein bisschen wahlloser rüberkommen. Und ich bin gespannt, ob beim Wiedersehen mal wieder unser Date-O-Meter angesprochen wird, ohne Trash-Kurs dazu. Naja. Gut, ihr Lieben. Kussi. Ciao, bye. Bis zum nächsten Video. Fett ist Lena auch wieder dabei. Tschüss.